Du verdienst mehr, viel mehr. Genug ist nie genug. Nur wenn du unersättlich bist, bist du leidenschaftlich. Du bleibst nicht stehen. Du folgst neuen Ideen. Du bist neugierig. Ich sorge dafür, dass du immer schön und begehrenswert bist. Ich hole dich aus deiner Ohnmacht, deiner Verzweiflung und aus deinem Selbstmitleid. Ich treibe dich an. Ich mache dich stark. Mit mir bist du wieder wer. Mit mir geht es endlich wieder um dich. Mit mir bist du kein Opfer mehr, sondern machst andere zu deinen Opfern. Erst mit mir wirst du zu einem wahren Menschen, der sich öffnen kann und selbstlos handelt. Denn es geht nicht um dich. Es geht um alle. Es geht um das Ganze. Du darfst mich nicht verraten oder verkaufen, sonst verlierst du alles. Wenn du mich willst, musst du die Konsequenzen tragen, auch wenn du dabei untergehst. Ich arbeite bei dir also. Beruf.